erst mal nicht selbst nein nicht j j zufrieden er darf ich was ist los es wird ihnen ja auch ja mach ich kreuzerweiterin folge hauptbrotel zu auf dem Kanal Multiplayer mit dem Tiger W und ihm ich hätte es fast gesagt und und dem Multiplayer nein und dem Davido natürlich die Zahlen lassen wir jetzt einfach weg Davido nur 8 15 ok das ist ja recht nein lass uns einfach weg weil es gibt immer noch ein Problem mit der Stärkung in der Beschreibung und so weiter und so fort es geht 5 Sekunden los haltet alle die Fresse ich aus sehr freundlich von dir Alter das ist doch ich sag doch nicht Jail naja egal ist ja ganz ok vielleicht wird die der Box mit der Schmiederschaft im Haus jetzt ich hasse dich ich hasse dich oder ist die Kartoffel da ist ich habe mich als ich auch da man ich brauche die Tümpfe und los oder explodiert ich bin als Block gut Prozesse ich habe euch an der ersten Tag die Leute vertreten es ist nur in den und mit der Eistag Pro 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 und da wird das so Glück gehabt hat er den Bad Reck Klavier die Welt es ist der Fall der Herd gerannt. Ich weiß. Und da boxt er ihn. Oh, lass das Ei da weg. Lass mich in Ruhe mit dem Ei. Ich bin langsam. Oh. So, du bist jetzt so weg, Alter. Ich fetz dich jetzt. Oh, da ist ja die Kartoffel. Oh, er hat mich nicht gehauen. Wo bist du? Ich hau dich mit dem Schnellbein weg, Alter. Warum hab ich dich nicht getroffen? Oh, boxt mich nicht. Mami! Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bo ... Mann, bitte. Komm, 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 komm. Ich hab ihn weggebekommen. Ich bin sie losgeworden. Wotterlack. 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 Ich wollte auf meine Mutter ist es davon nicht aufgewacht, also ich habe ihn gut. Prozent Prozent das ist nicht mehr stehbar ein hoher um die Brüderstorbe ein solches und ist er laut als ein Vater könnte schon sie wird nachher kommt er damit die Stärken die Mütten oder sie von Diamant was gut erhält sich der Läder und ich kann halt eine Schnauze Prozent ich habe mich immer noch was der Diamant den Prozent voll viel Zeit für den umherrschen eingesetzt bei der Welt der Wolken aus oder nein das ist doch der Name tag der Wetter wird doch wenn man dem Ausdruck das macht er doch mal auch die ich habe noch nur gefunden ich bekomme dich Ich bekomme dich. Ja, Mann. Du bekommst mich aber nicht. Komm, explodier. 5, 4, 3, 2, 1. Und weg ist er. Oh, jetzt hab ich sie. Nein, nein. Ich hab's noch abgegeben, aber ich hab's schon. Komm, 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 bitte. Ich darf jetzt nicht. Nein. Mann, ich wollte eigentlich ja Kuh drücken, ne? Aber hat ja leider nicht funktioniert. Mann, ja, aber trotzdem ganz gute Runde. Oh, ich war vorletzter, okay, das reicht mir. Die Runde können wir nehmen. Ja, also GG würde ich mal sagen, ne? Warum würde ich das sagen, das hört sich nicht an. Das hört sich bei Hinden an. Ich würd sagen, direkt mal noch ne Runde. Hm, Eliad, würd ich mal sagen, ne? Ilaria. 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 Kann's auch nix, Alter. Ja, okay, und da sind wir wieder. Nächste Runde. Hab ich eigentlich schon mal erwähnt, dass das ein zweiter Weihnachtstag-Special ist. Weil Hot Potato so gut bei euch angekommen ist. Zweiter Weihnachtstag? Ihr habt gewissentlich noch in der Gericht. Ja, heute ist der erste Weihnachtstag, du hast ja recht. War nichts. Bei uns ist noch nicht mal Weihnachten. Ihr habt eure Geschenke gestern schon bekommen, ne? Ja, denn das ist ja heute der erste Weihnachtstag. Ja, im Moment, es sind ja nicht alle Zuschauer so gläubig. Ja, es war auch wurscht. Vielleicht bekommen dir ja trotzdem Geschenke. Rassist. Weil du was gegen Schwarzer hast. Ja, und wie? Weil du. Ja, klar. Mann, dann geht's mir los hier, ey. Zehn Sekunden. Und dann habe ich ihn damit einfach mal weg. Und dann lasse ich ihn erstmal die Kartoffel werden und dann kocht er schön. Gott, war auch Gott. Ich hasse die Map jetzt schon, da ist Eis im Spiel. Sieht sicher so lustig. Ich lauf einfach auf den Schnee. Bitch. Ich bin direkt die Kartoffel. Mann, wann habe ich dich denn nicht boxen bekommen? Alter, kann es sein, dass man auf Eis viel schneller rennt? Mann, ich wollte das nehmen. Oh, da ist die Kartoffel. Weg, 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 weg. Oh. Kann es echt sein, dass man da viel schneller ist, weil? Oh. Ja, wo ist die? Oh, hi, David. Äh, hi, hi. Hui. Ich bin langsam. Schaffst du es, wenn ich langsam bin? Ich box dich. Ich box dich. Ich box dich. Oh, da ist der. Oh, da ist die Kartoffel. Oh, da ist der David. Ich meinte es gleichzeitig. Oh, oh, ich hasse dich. Oh, der war vereist. Was ein Glück. Was ein Glück hat, den jemand eingeist, Alter. Oh. What a luck. Oh, oh, oh. Oh, haha. David. David Liney. David Liney. Oh, da ist der, oh. Oh. Oh, da ist er. Oh, da ist er, da ist er. Oh, da ist er. Oh, na. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Arschloch. Mann, ich bin blind. Das zahle ich dir ein. Oh, ich habe sie abgegeben. Warum? Warum erhöhst du die Zeit, Alter? Ich, danke. Hast du davon? Nein, ich hasse dich. Was ist das Glück, dass du schon lange Zeit hast, Alter? Nein, renn. Ich habe sie abgegeben. Oh, mein Gott. Oh, habe ich einen Lack? Ich habe so Lack. Du bist die Kartoffel, bitte. Sei die Kartoffel. Sterb nicht. Nein, Mann, sterb wie eine Kartoffel. Meine Kartoffel, ganz gut, ich habe das Schülter. Das ist ja blöd, voller Spielverderber, ey. Wie, gar nicht nett von dir. Oh, du bist die Kartoffel. Nein, ich hasse nicht. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Alter, 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 alter. Boah, wie immer die Kartoffel ist, Alter. Das Herz, oh, schrecklich. Hä, ich höre gerade gar nichts. Wo ist er? Da, da, da irgendwo. Oh, oh, du hast Eis. Nein. Nein. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, ich bin Wind. Das wäre meine Gewinnerung. Oh, nein. Warum? Na. Der gibt die mir kurz bevor die explodiert, wie kann der denn nur. Du bist die Kartoffel, komm, da wollen wir erstmal sehen, wie der David den es fliegt. Wir, drei, zwei. Und dann ist die Aufnahme, warum? Wer so denkt man, см, hilft ihm David an der Tag? Okay, in sechs Sekunden ist die Aufnahme zu Ende. oder halt. Diese Runde, ich glaube, wir hängen noch eine dran. Zwei, eins, bam! Und da sind wir beide tot. Und der... Oh, du bist Zweiter. Oh, wie schlecht. Oh, 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 oh. Ja, immerhin eine... Zwei Runden und zweimal jemand von uns Zweiter geworden. Also, ich würde sagen, schon wieder keine Rückmeldung. Willst du mich eigentlich verarschen? Doch, jetzt geht's wieder. So, ja, dann würde ich sagen, noch eine Runde, oder? Du hast so Störungen, Alter. Was hast du genommen? Fingst du auch was davon? Ich hab's recht, den Schuss nicht können, Alter. Also, das kommt auf jeden Fall noch vor die Aufnahme, auf jeden Fall. Nein! Da! Okay. Ja, okay. Sollen wir anfangen? Ich bin schon am Aufruf. Ich gehe weiter mit einer weiteren Folge, die wir, der wir doch der gleichen Folge sind. Folge. Hot potato. Ja, also, es gibt Wetter mit Hot potato. Ja, also, das hast du schon mehrfach gesagt, ja. Ja, Prüster, ja. Ja, genau. Hast du nicht? Okay. Rekording. Was? Da schreibt dein Rekording. Mit einem Fragezeichen, mit einem Ausrufezeichen. Mit drei, mit vier I. Wie? überlegt und die in der Hand annehmen oft sie ist eine Ruhe lassen die Karte und auf der Brust ab und 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 ab ich glaube und das hat er wirklich heute genommen das ist das was sie gerade Prozent gesehen hat sie ja ist das bestehen die die Mürburgring und vor der Auflage gestartet hat laut David und jeder die Hot Potatoes Prozent da mag ich doch mal das ist ein Glück ich hab's gerade gepackt ich bin die Kartoffel geworden Alter hat mich ein Schwein oh ich bin gerade so anspucken Alter dann würde ich die Kartoffel und dann würde ich die Kartoffel und dann würde ich die andere das gibt zu geforst das die Kartoffel wird oh das ist ein Glück Alter fand ich gerade also es macht also es ist eine sehr gute Taktik immer auf den David eingeschlagen falls man dann oh ich bin ich wassele nicht wir müssen auch mal neu anfangen was ähm Isolation Isolation ähm ähm und es wird wieder Indigo Liebling warum Indigo Liebling? Nein, wir müssen da vorstellen, wir müssen da vorstellen wir müssen da vorstellen wir müssen da vorstellen ich bin erst ein Wort erst ein Wort ja, wirklich nicht mit dem Kopf, dann kann ich sehen wie viel Wort nicht mit dem Kopf, drei Wochen nein, warum denn ich habe mit dem Geruch der Vorbereitung was wollt ihr, macht euch da weg warum Indigo Liebling, also wir sollten anfangen, aber das ist Kacke jetzt weiter mit Indigo Liebling ist Kacke ja jetzt geht weiter mit Indigo Liebling ist Kacke also macht ich werde damit ein Betracht um mit dem DERW mit dem da wird ne der Fall ist und ich bin immer wieder oft dabei, der JAMritte ja der Affe ja der Affe ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben wie ich euch kennt bitte sowieso niemand machen was ihr zu Weihnachten bekommen habt ja man denn heute ist der erste Weihnachtstag hab ich zwar schon mehrfach gesagt aber ich weiß nicht in welcher ist das gesagt also ob wir diese Aufnahme Oh! Hinter dir! hast du ein Glück alter das tut es nicht alter hast du einen Schmarrn und ha? ha? Muckst du auf! Muckst du auf! Oooooooohh! das ist egal dafür gewesen oooooohh! Leck mich doch am Zückerli Shhh Muckst du auf! Muckst du auf he? ich hab die TimePotatoe Ja, ich hab die Teile in der Hand. Tschüss. Was? Tschüss. Komm, irgendwo wird doch ein Eis sein. Ich hab erst voll Bock auf ein Eis, ey. Oh, rennen! Ja, hallo, ich hab doch... Ich hab den Schneeball eingesammelt. Ich wollte dem David auch mal ein bisschen schneen, einschneen, Alter. Hallo, sag was. Ja, ich sag was. Oh, ich bin schon wieder lang. Boah, boah, warum wird man manchmal langsam sein, kann ich nicht leiden. Was geht mir um die Uhr? Ja, ich bin Nikolaus hier sind und ich bin eingeheizt. Von wem ich auch? Oh, ich hab meine Kartoffel. Äh, ne Zeit hat, ich hatte noch ne Zeitkartoffel. Oh, was ein Glück. Ich hatte eine Time Hotel, das war mein, das war mein Glück. Was du lebst noch? Nach meinen Berechnungen bist du längst in die Luft gegangen. Werner will ich mal, oh, besser nachrechnen, Mr. Mathegenie. Ja, ich bin halt nicht so gut in Mathe, aber das braucht ja keiner wissen. Ja, ich bin auch nicht so gut in Mathe. Es gibt überhaupt Leute, die gut in Mathe sind. Ich glaub, es gibt so viele Leute, die Mathe haßen. Einer meiner Gast ist ziemlich gut in Mathe. Ja, ich bin auch gut in Mathe. Ich glaub, ich weiß doch auch immer. Oh, lass mich doch alle, was hab ich euch getan? Ich glaub, ich weiß, warum man langsamer wird. Warum? Es gibt nämlich so eine Time-Bomb oder Time-Potato, nein, nicht die Time-Potato, sondern die irgendwas anderes Potato. Ja? Und die sorgt dafür, dass alles langsamer wird. Was ist das für ein Item? Ah! Äh, ne, das... Ne, das... Ja. Okay. Dann ist ja... Das ist ja noch alles. Oh, diese Runde ist so gut, Alter, bis jetzt. TNT. Ich hab zwei Time-Potatoes, also wenn ich die Kartoffel wert, dann ist das schon mal recht. Also ist nicht nice! Warum hab ich die Kartoffeln noch... äh, die Time-Potatoe noch eingesetzt? Oh, ich war die doch gar nicht mehr, die Kartoffeln. Ich bin so los geworden, ich hab mit Time-Potatoes verstanden. Oh, da ist die Kartoffel, da ist die Kartoffel. Oh, da stimmt. Oh, das stimmt, da stimmt. Oh! Der war so gefährlich, wenn man weiter weg ist. Ja, aber echt. Oh! Ich bin so losgeredockt! Oh, im letzten Moment wird das jetzt noch los. Ne! Nein! Komm, wenn der jetzt in Luft geht, bitte, dann ist das so los. nur noch 101, wir beide. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich hasse dich. Oh nein. Ich hatte eine Time-Potato. Ich hasse mich. Und ich werde natürlich, das ist ja klar, ich kann nur noch Zweiter werden. Oder? Und ich bin so losgeworden. Der ist... Bitte, geh in die Luft. Ich möchte wenigstens einmal Erster werden, bitte. Zweimal ist das dann zwar schon, aber egal. Drei, zwei, nicht wie bei dir, bitte. Nein, der hatte eine Time-Potato. Oh, hat dein Glück. Nein, ich bin die Kartoffel. Komm, bitte, bitte. Nein. Nein. Hätte er doch die Time-Potato nicht gehabt. Nein, das wäre so nice. Das wäre so ein nicer Abschluss gewesen. Mann. Nein, das gibt es nicht. Nein, warum? Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Na, tschüss. Tschau. Ich muss weg, ich muss weg, 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 weg. Nein, allen seiten, allen seiten, allen seiten, allen seiten. Nein, weg. Aaaaaaaaah, bis jetzt nicht weiter, bitte, Elfer. Wieder rum schreien. Nein, hier hat man voll. Oh, ich könnte mich halt. Jetzt weg mit dem, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Oh, weg, 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 weg. Al... ... ich bin keinem schwer nachzunehmen. Da, erst kternacktet. Autsch! Au, au, au! Scheiße, bitte! Ich nehme jemanden auf! Ah, kannst du nicht mehr etwas tiefer reden! Ah!